Um den neemäischen Löwen abzuschließen und uns unsere Belohnung einzuheimsen. Hat eine Weile gedauert, aber war ja auch gut versteckt, muss man sagen. Und Gott sei Dank habe ich da schon synchronisiert. Das sind immer ein paar Entfernungen. Ach, das war Daphne. Ich erinnere mich. Wir haben ja noch einiges an Tierchen von ihr aufgesagt bekommen. Stimmt. Hallo. Lange nicht gesehen. Eieieiei, die beiden immer, ey, am flirten. Das ist wahr. Oh, ich habe eigentlich schon zwei. Ja, das ist wahr. Tja, jetzt bringen wir es um. Ja, guck mal, wir haben so einen coolen Dolch oder so bekommen. Das finde ich ja hervorragend. Ja, sehr gut. Den hätte ich mal eben brauchen. Können. Für gezähmte Tiere. Hm. Na, das war ja nicht so geil, den einzigen gezähmten, den ich da hatte. Äh, der ist ja direkt draufgegangen. Was echt ein bisschen schade war. Nee, Schiff machen wir jetzt nicht. Wenn wir sollten, haben wir hier diese eine abgemurkst, ne? Nee, die da. Genau. Gut. Gut. Okay. Ich meine, was muss ich denn dafür machen? Kann ich das nur so nebenbei machen? Oder crisis? Ja, das ist ein Papyrus. Da steht nichts drin. Das ist diese Höhlenquest. Also machen kann ich damit nichts. Arena. Und das haben wir ja auch schon gemacht. Ii, was ist das denn? Eine Hirschzunge. Bleh. Okay. 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 Okay, damit kann ich auch nichts tun. Guck mal, hier habe ich was richtig Wertvolles. Cool. Ist ja geil. Da haben wir noch irgendwas in der Nähe. Das waren ja so die kleinen, ne? Kopfgelder. Die sind noch zu hoch. Ja, lass mal hier ein Reisen und diese Familiensache kurz machen. Das ist ja nur so Pille-Palle auf Räumearbeit. Aber ich bin ja so ein Feng Shui-Typ. Ich kann Sachen mal nicht gut liegen lassen. Feng Shui. Ich habe keine Ahnung, wovon ich eigentlich rede. Was ich damit meine ist, dass ich lose Enden nicht so mag. Ich mag immer, wenn alles irgendwie erledigt und übersichtlich ist. Wahrscheinlich, weil ich Künstlerin bin. Der Rest meines Lebens im künstlerischen Chaos versinkt. Habe ich die Dinge, die ich anfassen kann, gerne sortiert? Ja, so ist das. Wir verbringen eine Menge Zeit mit Laden. Mots, Mots. Habe ich das schon mal gefragt? Bestimmt, ne? Ist die PS Plus 4 Plus schneller beim Laden? Oder ist das vollkommen egal? Werde ich ja dann irgendwann hoffentlich erfahren, ne? Ähm... Wo waren die hier? Schwere Zeit. So, die als neue Kräuter sind im Tal der Könige. Schweine! Wie niedlich die sind! Was ist denn jetzt? Persische Triere. Tja, südlich des Schmieds. Jetzt erst mal hier so. Da gehen wir hin. Au! Hey, sag mal, ich glaube, es hackt. Hau! Kommen! Sombone! Hau! Sombone! Hau! Hau! Ow! Die! Prepare to pick Hades! Ah, das ist doch blöd. Echt jetzt? Ah! Voll gemein! Das ist doch ein Anwohner, ey! Fiese Möpp! Wieso sind die alle... Ich bin eindeutig irgendwie besser zielen als ich. Ich bin eindeutig. Ich bin eindeutig. Das war's für heute. 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 Oh, hey. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, okay. Das war's für heute. Und ich hab's für heute. Das war's für heute. Sorry. That they were. Gut. Das war's für heute. Das war's für heute. The leader, the leader. I can't, I can't. Das war's für heute. Das war's für heute. So, so, yeah. Jetzt mach's für heute. Das war's für heute. I should, and they're, they're... I should, I can't. Jetzt kommen sie wieder in Paredeux. Jetzt kommen sie wieder in Paredeux. Das war's für heute. Mann, 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 eigenetze. So, okay. So, dann werde ich jetzt hier mal speichern. Und dann machen wir die wahre Geschichte im nächsten Let's Play. Guck mal, was ist denn das da? Grab von Äthiokles. So, ihr Lieben, dann freue ich mich auf euch im nächsten Let's Play. Bis dann.